Eva vergnügt sich heute beim Shoppen im Ingolstadt Village. Das lässt das weibliche Fashionherz mächtig hüpfen. Das Besondere an Ingolstadt Village ist für mich natürlich, dass ich mich hier fühle wie ein Kind im Süßigkeitengeschäft, wenn ich hierher komme. Ich laufe diese wunderschönen Shoppingstraßen hier entlang. Es ist ein Luxusgeschäft neben dem nächsten. Ganz viele tolle Marken, die ich heiße und in ich liebe. Und es ist einfach der Traum einer jeden Frau, hier einkaufen zu gehen. Es gibt natürlich wahnsinnig viele tolle Labels hier im Ingolstadt Village. Zu meinen Favoriten gehören auf jeden Fall Closed. Absolute Perfektion, wenn es um Jeans geht. Das Schöne ist natürlich, hier kriegt man die Jeans zu einem echt guten Preis, also bis zu 60 Prozent reduziert. Andere Lieblingslabels von mir im Village sind auf jeden Fall Patricia Pepe oder auch Bali, was ein ganz tolles Label ist, wo man wirklich wahnsinnig hochwertige Lederaccessoires und Schuhe auch bekommt. Mit Ingolstadt und Bertheim Village arbeite ich jetzt mittlerweile schon seit drei Jahren zusammen. Das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit, eine sehr nahe Zusammenarbeit. Und es kam eigentlich ganz normal zustande, wie viele Modeljobs zustande kommen, über eine Booking-Anfrage bei meiner Agentur. Generell bei Job-Anfragen gucke ich natürlich schon drauf, wer ist der Arbeitgeber, was ist das für eine Firma. Im Endeffekt muss ich ja mein Gesicht dafür herzeigen. Und da ist es mir schon wichtig, dass ich dahinterstehen kann, dass ich mich mit der Marke identifizieren kann. Und das ist mir bei den Villages natürlich ziemlich leicht gefallen, weil hier geht es um Shopping und um Luxusmode. Und das macht uns ja allen Spaß. Für mich eine der schönsten Erfahrungen im Ingolstadt Village war ein Charity-Event für die Brustkrebsorganisation MamaZone. Das sah so aus, dass sich hier ganz viele Frauen getroffen haben, um für Frauen, die in der Chemotherapie sind, Decken zu strecken. Und das ist eine Unterstützung für die Frauen in den Krankenhäusern, die dadurch merken, da ist jemand, der hat sich um mich gekümmert, der hat Zeit damit verbracht, etwas für mich zu tun. Und für mich war es auch ein sehr schöner Nachmittag. Ich habe den ganzen Nachmittag mit den Ladies in der Runde gesessen, habe mitgestrickt, wir haben Tee getrunken und uns über Gott und die Welt unterhalten.